Ja, aber der muss nicht für immer Norishige heißen. Oder der hier Takayori. Wir haben auch schon zwei Charaktere mit drin, die andere Namen haben. Wir wissen nicht, ob wir sie zufällig treffen werden. Ansonsten steht ein dritter Charakter, der noch umgenannt werden muss. Aber da ist noch kein Name dafür gegeben. Und wer sich abgesehen von uns im Spiel verewigen möchte, kann das rein theoretisch auch tun. Da bin ich erstmal gespannt, ob es da ein paar Leute gibt, auf die Idee kommen, da wirklich Crazy Names mit einzubringen. Also Crazy Names, die nicht anstößig sind. Die, die genutzt wurden schon. Ja, dann würde ich die im Monat noch nutzen. Ja. Ja. Das geht damit schon. Und Winoflibis. Winoflibis. Ein Bein-Pokémon. Ja. Und Winoflibis. Ein Bein-Pokémon. Und Winoflibis. Das ist schon mal gut. 50. Ja. Oh, das geht nicht. Das ist leider vorstellend. Ja, genau. Oh. Oh. Der eine, ey. Ey, hast du es ja. Aber dann kannst du mit dem Flumanda vielleicht bis dort hin und kannst den Job finishen. Go go. Mehr als 50. Los. Doch, das kommt soweit. Das muss ja auch zwei wegstehen. Aber nicht so schräg zwei. Perfekt. Und das Gagabor kommt nicht weg. Bestimmt. Hört ihr nicht so rum an. Und ich glaube mit dem Flumanda könnte das auch funktionieren. Ja? Was? Nur neun? Ja. Puh. So gemacht. Ja. Hopp, hopp, hopp. Das kann doch. Das kann doch. Cool. Nicht so viel. Nee. Aber hier wäre es glaube ich dann gut mit je nachdem wie viel Pummelduft anrichten kann. Also so dass man... Ich frage mich wie das gut ausgehen würde. So. Sei gut nachsichtig mit mir. So. Oh. 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 Ein ganzes. Und jetzt kommt das andere. Zieht auch eins ab. Oh. Oh. Die versperren den Weg hier oben. Ja. Die sind voll schläu. Und jetzt ist die Frage also vielleicht erstmal mit dem Evoli das Baumwoll angreifen und mit dem Pummelduft und dann als letztes mit dem Ferkelchen. Ja. Um erstmal zu gucken wie weit das runterkommt. Um erstmal zu gucken wie weit das runterkommt. So. Oh. So. Ich weiß nicht ob das so hochkommt. Deswegen gucken wir mal. Nee. Platzieren. Ja. So. Zu dem Charakter mit der Brille möchte ich nur was sagen. Der redet immer so als ob er stottert. Das funktioniert aber nicht wenn du dieses Kommando gibst mit dem Pokémon was er hat. Dass er das benennt. Da müsste ich eigentlich dann sowas machen wie Fläugn. Versetzt. Ein. Dann könnte ich das mit dem Stottern mit reingehen. Aber an sich. Attackennamen und Pokémon Namen. Das kann man ja nicht machen. Weil man weiß ja nicht welche Anträge kommen. Ja. Außer natürlich derjenige kann nur Pokémon mit dem mit F im Namen haben. Dann könnte man das faken. Oder du hast sowas. Du sagst einfach es ist immer ein P. Du Fleunke. Fleunke. Hehehe. 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 Absauber. Yes. Boah. Gibt's doch nicht. Es kommt ein zu wenig vor. Außer die Kriegerfähigkeit gibt ihm zufällig mehr Reichweite. Hehehe. 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 Also wenn du rekrutieren willst musst du es am besten mit einer sehr effektiven Attacke machen oder? Ne. Wir haben doch genug Züge gekriegt. Oh. Oh. Also du kannst es auch noch in dieser Zeit besiegen mit irgendeinem Pokémon. Ja ja. Ich würde den Evo hier auf dem SIEP. Ich hoffe, dass da irgendwer von den Evo einstieg gibt. Ist da? Okay. Oh Pocky. Puff! Puff! Das ist mal so. Damit schon mal zufrieden. Buff! Wir müssen ja mindestens 3 sein, oder auch nicht. Yay! Wow. Ihr seid ein paar eisenhaarde Kämpfer. Damit können sie mich nicht nethalten. Duftkugel. Was auch immer das war. Eine Pumpe, die duftet. Habe ich nicht so reingeschrieben in die... Oh, warte mal, da steht Pflanze. Das muss ich mir auch merken. Auf dem Grasfeld. Da müsste Gras stehen. Verdammt, jetzt hast du... Jetzt hast du so wegge... Das ist auch ein Spielfehler. Ja, jetzt hat er genau in dem Moment wegge... Das ist sicher nicht. Ja. So, perfekt. Ich würde doch sagen, das ist ein Kerl. Wenn meine Stimme jetzt gehört wird, dann weiß ich was. Oh, das ist warm. Ja. Das fläumt so vor sich hin. Ach so, hier kannst du gucken, was Duftkugel macht. Verströmt den aromatischen Duft einer Blumen wie sie im Frühling. Ach, wie schön. Trotzdem nicht weiter. Nö. Kein Stück. Das sollte mir noch für die Blumen gehalten werden. Mhm. 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 Ja. Jetzt konnten wir noch mal absaubern, ne? Ja. Ja. Ich bin jetzt... Bitte setz dich ein, wie das schon richtig... Ja. 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 Drei. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und ich meine, er hat ja auch als sein Zielgeräte her. Ich würde auf jeden Fall als letztes erst mal probieren, weil vom Stärkewert her ist das Erste, was du nehmen möchtest. Vielleicht hier noch eine sechste Station? Wie war das denn? Ich kann nur noch eine sechste, wenn du dann nicht investieren möchtest. Nee, du kannst auch Verstärkung mit dazu holen aus einem anderen Klinge, aber du darfst nur Verstärkung aus einem anderen Klinge gleich dazu holen. Ich hätte gerne das gegen ihn. Ja, das ist gut, weil dann ist das gegen Sodamakt zum Beispiel ganz gut. Man müsste nur aufpassen wegen des Starazin, was da auch in den Klinge gleich mit drin ist. Ja. Kann ich hier Wild hin und her schieben? Ja, du kannst Wild hin und her schieben, ich würde erstmal da welche wegnehmen. Ich tendiere dazu hier das... Wollen wir das erst zu sehen? Also schlusslich. Ja. Ja. Oh, das Felino ist ja noch... Also ich finde die beiden Felino sind jetzt vom Stärkewert nicht mehr so. Und das... Und das... Und das... Ja. Und das... Und die... Und die... Okay. Okay. Ja. Also vom Stärkewert her sieht es gut für dich aus. Man muss nur gucken, ob irgendwelche... Ich würde sagen... Also... Feldeffekte... So... 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 Erkennst du den Text noch? Und ich habe Gewitterstürme bereinigt. Oh, es ist jetzt richtig. Schreibt vielleicht. Und jetzt kommt der nächste. Ja, immer. Immerhin damit. Ja, immer.